Hello Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und ich versuche ja in letzter Zeit eigentlich so ein bisschen wegzukommen von diesen Standard-Reviews, einfach nur immer Kritiken rauszuhauen in Filmen, weshalb ich ja diese Formate gemacht habe wie Let's Watch oder auch die Kindheitsfilme oder weswegen ich auch den Podcast zum Beispiel gestartet habe. Ich möchte einfach ein bisschen mehr Schwung in dem Kanal haben, dass der irgendwie durch verschiedene Formate ein bisschen mehr am Leben bleibt so, weil ich selber habe immer das Gefühl einfach nur immer zu diese Standard-Reviews rauszuhauen, das wird auf die Dauer irgendwie vielleicht langweilig zum Schauen, für mich auf jeden Fall irgendwie langweilig zu machen auf Dauer. Und zwei andere Gründe gibt es jetzt auch noch für dieses Video, einmal werde ich ja oft von euch gefragt, was sind deine Lieblingsfilme, kannst du da eine Top 10 machen? Und ja, das könnte ich und vielleicht mache ich das auch noch irgendwann, aber das ist halt sehr, sehr schwer, weil es gibt so viele Filme, die ich toll finde, die ich super finde und an dem einen Tag sage ich vielleicht, hey, das ist einer meiner Lieblingsfilme und am nächsten Tag sage ich, nee, das ist einer meiner Lieblingsfilme. Und noch dazu habe ich ja jetzt angefangen zu studieren und mit meinen Studienkollegen setzen wir uns jeden Montag hin und gucken Filme aus meiner Sammlung. Und das sind drei Gründe, warum ich mir jetzt dachte, okay, das wäre eigentlich ein ziemlich cooles Format, einfach Filme aus meiner Sammlung vorzustellen. Euch ein bisschen zu erklären, was ist so der Hintergrund mit mir und diesem Film, also was ist so eine persönliche Verbindung, warum hat es dieser Film in meine Sammlung geschafft und was ist einfach das Besondere für mich an diesem Film? Und das jetzt gar nicht unbedingt so in so einer Review-Form und jetzt Pro und Contra aufzuzählen, sondern wirklich zu zeigen, warum ich diesen Film besonders finde und warum er in meiner Sammlung ist. Und naja, deswegen ist das jetzt die erste Ausgabe vom Filmregal. Und als erstes reden wir über The Butterfly Effect. Das ist ein Film, über den recht selten gesprochen wird, finde ich. Ähm, es ist aber ein wirklich, wirklich großartiger Film, muss ich sagen. Dieser Film behandelt Zeitreisen und zwar mit der Hauptfigur von Evan, der in seiner Kindheit immer wieder, naja, so eine Blackouts hat und sich an bestimmte Sachen einfach nicht mehr erinnern kann. Und dann fängt er an ein Tagebuch zu schreiben und dann checkt er auf einmal, dass er, wenn er sein Tagebuch laut vorliest, durch die Zeit zurückreisen kann und dort in der Vergangenheit Dinge verändern kann. Und so versucht er Leuten, die ihm nahestehen, zu helfen, indem er einfach die Vergangenheit und somit auch die Zukunft ändert. Ich denke zweit über das, was du machst. Du kannst ein bisschen mehr verletzen sein, als du jetzt bist. Und das zieht einen ziemlichen Rattenschwanz nach sich, denn er ändert eigentlich die kompletten Leben von allen. Und es geht immer irgendwas schief und dann versucht er immer weiter in die Vergangenheit zurückzugehen und eigentlich wird es immer nur noch schlimmer, was er damit anrichtet, obwohl er ja gute Intentionen hat. Und das ist eigentlich The Butterfly Effect, ein ziemlich, ziemlich cooler Zeitreisefilm. Und das Thema Zeitreisen an sich finde ich sowieso immer richtig, richtig spannend eigentlich. In so vielen Genres wird ja Zeitreisen beleuchtet, ob es jetzt Comedy ist wie bei Back to the Future, ob es jetzt so ein Sci-Fi-Action ist wie jetzt bei Looper oder halt bei Butterfly Effect in Form eines Mystery-Thrillers, der sich aber doch sehr, sehr auf spezielle Personen bezieht, wo es jetzt nicht irgendwie darum geht, die Apokalypse zu verhindern oder irgend so ein Kram, sondern eigentlich eine ganz, ganz persönliche Geschichte. Und was ja der sogenannte Butterfly Effect, also der Schmetterlingseffekt an sich eigentlich ist, ist ja, dass der Flügelschlag eines Schmetterlings auf der anderen Seite der Erde ein Orkan auslösen kann oder sowas. Also eine ganz kleine Handlung, die durch eine Verkettung von Ereignissen etwas Enormes auslösen kann oder eine enorme Veränderung hervorrufen kann. Zwar eigentlich nicht in Zeitreisen, aber dieses Thema oder diese Idee, dieses Konzept greift der Film auf und deswegen ist der Titel auch wirklich sehr, sehr passend. Und wie hier diese Veränderungen dargestellt werden, sind sehr, sehr erschreckend und an dieser Stelle, Spoiler, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, die krasseste Szene ist für mich persönlich und das geht auch dahin zurück, wann ich den Film das erste Mal gesehen habe, denn ich habe den Film irgendwie das erste Mal, keine Ahnung, mit 12, 13 oder so im Fernsehen geschaut und da die erste Hälfte komplett verpasst und bin erst bei der zweiten Hälfte reingesappt. Und kann mich noch ganz, ganz stark an die Stelle erinnern, wo Evan verhindert, dass so eine Dynamitstange in den Briefkasten gelegt wird und dann werden ihm beide Arme weggefetzt und dann wacht er auf und er denkt, das ist alles okay und dann sieht er auf einmal, oh, ich habe keine Arme mehr, ich sitze im Rollstuhl. Oh, und das ist so eine krasse, heftige Szene, die so hart diese Konsequenzen aufzeigt und das könnte man allgemein für The Butterfly Effect sagen. Dieser Film treibt Konsequenzen so auf die Spitze und Konsequenzen sind so wichtig für einen Film, denn wenn eine Handlung keine Konsequenzen hat in einem Film, wieso gibt es den Film dann überhaupt? Weil es muss sich ja irgendwas verändern durch die Handlung, die die Personen irgendwie ausführen und das treibt halt den Butterfly Effect total auf die Spitze. Und noch dazu, finde ich, ist das irgendwie ein Thema, womit sich jeder sehr, sehr gut identifizieren kann. Weil so oft sagt man ja zu sich selber, ach Mensch, könnte ich diese eine Sache ändern oder könnte ich zu diesem einen Punkt zurückgehen, ich würde das und das und das anders machen. Ich würde meine Brille bei vielmann kaufen. Ja, und das ist so eine Fantasie, die man als Mensch, finde ich, hat, die dieser Film einem offenbart und zeigt und einem auch irgendwie sagt, naja, warum eigentlich und so geil ist es vielleicht doch nicht, weil, okay, du änderst vielleicht diese eine Sache, aber du weißt im Endeffekt nie, was du auch noch alles andere vielleicht änderst. Deswegen, ich sage mir auch immer selber, ich bereue nichts und würde eigentlich gar nichts ändern, was ich so großartig getan habe. Also ja, das ist die große Message von dem Film. Kann man die Vergangenheit ändern? Sollte man das tun? Kann man allen Menschen irgendwie helfen und ihr Leben zum Besseren wenden oder veränderst du damit das Schicksal von anderen Leuten? Es ist eine ziemlich große philosophische Diskussion, die dieser Film auch an dieser Stelle aufmacht, was ich sehr, sehr geil finde, denn gerade solche Themen interessieren mich immer sehr im Film. Und dementsprechend ist das Ende von dem Film, finde ich, auch sehr, sehr interessant. Vorneweg erstmal ist sowieso die Schwierigkeit wahrscheinlich bei so einem Ding, wie finde ich für so einen Film ein passendes Ende, ein Film, der eigentlich eine ziemliche Abwärtsspirale ist, weil Evan versucht, alles zu ändern und alles wird immer und immer und immer schlimmer in dem Film. Und wie lässt man das jetzt enden? Endet man das jetzt mit einem schlechten Ende, mit einem positiven Ende? Findet man einen Mittelweg? Betrügt man seine eigene Message mit einem Ende? Von dem Film gibt es halt auch vier verschiedene Enden, die auch hier alle auf der Blu-ray mit drauf sind. Ich muss ganz ehrlich sagen, das Ende von der Kinofassung finde ich auch definitiv am besten. Hier wird nämlich gezeigt, wie Evan und Amy, die heißt doch nicht Amy, Kaylee, die wird von Amy Smart gespielt. So, Evan versucht Kaylee immer wieder zu retten und das ist die Liebe seines Lebens. Der Film endet damit, dass er sie nicht mal wirklich kennenlernt und sie nicht weiß, wer er ist und sie Jahre später beide aneinander vorbeigehen, aber ihre Leben eigentlich nichts mehr miteinander zu tun haben. Das ist die Kinofassung, die finde ich persönlich auch am besten, weil das betrügt nicht die Message des Films, dass man gewisse Dinge einfach nicht ändern sollte und sobald du versuchst eine Kleinigkeit zu ändern, änderst du ganz viele andere Sachen unbewusst mit. Und diese Message des Films, dass man deswegen Sachen vielleicht nicht ändern sollte, transportiert dieses Ende eigentlich ganz gut. Dann gibt es noch so ein anderes Ende, was ähnlich ist, dass sie sich dann doch wieder anfreunden, was ziemlich happy, sappy, romcom mäßig ist. Dann gibt es noch ein anderes Ende, wo er ihr hinterherläuft, so ein bisschen stalker mäßig. Das fand ich auch okay, aber irgendwie steht das dann doch nicht im Einklang mit dem, was Evan gelernt hat, den Film überhin weg. Und dann gibt es noch das Ende vom Director's Cut, was ziemlich krass ist, wo Evan beschließt sich als Baby mit seiner eigenen Nabelschnur zu erwirken. Von diesem Director's Cut Ende habe ich immer gehört, dass es ziemlich grausam ist und ich wusste, worum es geht, aber ich habe es nämlich das erste Mal wirklich geguckt und ich fand das ziemlich albern, wenn ich ehrlich bin. Das ist so drüber, geschweige denn davon, dass es wahrscheinlich nicht mal möglich ist, dass ein Foto sowas kann, was die motorischen Fähigkeiten anbelangt, aber whatever. Ich finde schon, das Ende von der Kinofassung ist definitiv das Beste. Es ist ein sehr, sehr guter Mittelweg auf jeden Fall. Nochmal zu den Schauspielern. Wir haben hier Amy Smart in diesem Film. Die, finde ich, definitiv die beste Darstellerin ist in diesem Ding. Die sehr, sehr wandelbar ist als Schauspielerin. Also ich kannte sie vorher immer nur als diese, ähm, das Mädel von Jeff Chaliers aus Crank. Aber wenn man sie in diesem Film sieht, dann sieht man, was für eine wirklich, wirklich großartige Schauspielerin sie ist. Und Ashton Kutcher in der Hauptrolle als Evan, den ich eigentlich nicht mag, wenn ich ehrlich bin und gefühlt hat Ashton Kutcher eigentlich auch nicht sonderlich viel Gutes gemacht. Ich erinnere mich da an solche Sachen wie Kiss & Kill. Überraschung! Ich bin wieder da! Erinnert sich irgendwer an Kiss & Kill. Catherine Heigel. Ashton Kutcher. Kiss & Kill. Aber er ist auch wirklich gut in diesem Film und man merkt, dass er auf jeden Fall mit sehr, sehr viel Herz dabei war. Der hat den Film zum Beispiel auch produziert. Also da ordentlich Geld reingepumpt und man merkt, dass ihm das sehr am Herzen lag. Der ist wirklich sehr, sehr gut in dem Ding. Ähm, sonst der Regisseur. Eric Brass. Ähm, der bringt lustigerweise dieses Jahr einen neuen Film raus. Ich hab grad den Namen vergessen, aber es ist irgendwie so ein Horrorfilm mit Soldaten oder sowas. Also da kann man gespannt sein, weil der hat seit Butterfly Effect nie wieder irgendwo Regie geführt und war eigentlich als Drehbuchschreiber tätig, zum Beispiel bei Final Destination 2 und 4. Was auch irgendwie Sinn macht, weil Final Destination und Butterfly Effect beschäftigen sich ja beide mit, welche Konsequenzen hat eine kleine Handlung. Also irgendwie bleibt er doch ganz gerne bei diesem Thema. Das ist The Butterfly Effect. Ähm, ich find den Film wirklich, wirklich super. Das ist ein Film, den ich immer wieder gerne einlege, den man auch sehr, sehr oft schauen kann. So viele kleine Details, die einem hier auffallen, die sich verändern, auch anhand der Figuren, die sich hier verändern oder auch allein die ethischen Fragen, die der Film aufmacht. Ähm, bietet auch sehr, sehr viel Raum zur Diskussion, vor allem, wenn man den in der Gruppe schaut. Also wirklich, wirklich geiler Film. Schaut ihn euch an, wenn ihr ihn noch nicht kennt. Schreibt mir eure Gedanken zu The Butterfly Effect auch mal unten in die Kommentare, würde mich sehr freuen. Und wie findet ihr dieses Format? Filmregal. Schreibt's in die Comments. Ähm, nächstes Mal reden wir über Robocop. Das wäre doch mal was. Gut, dann würde ich sagen, macht's gut. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.